Der Augenoptik-Meisterbetrieb Scheer in Hüllhorst steht Ihnen mit langjähriger Erfahrung in allen Fragen rund um gutes Sehen und gutes Aussehen zur Seite. Seit 1992 ist unser inhabergeführter Familienbetrieb mit fachlicher Kompetenz und freundlichem Service für Sie da. Wir beraten Sie individuell und suchen mit Ihnen die richtige Brille aus, ganz auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt. Unser Angebot umfasst ein großes Sortiment an aktuellen und modischen Brillenfassungen. Wir nehmen uns die Zeit, Sie ausführlich zu informieren. Neben eleganten Brillen haben wir auch exquisiten Schmuck für Sie im Sortiment. Lassen Sie sich von unseren edlen Silber- und Goldketten verführen. Und mit unseren Uhren sind wir immer auf der Höhe der Zeit. Unsere Leistungen umfassen nicht nur die ausführliche Beratung, wir messen Ihre Augen- und Brillenglasstärke. Nutzen Sie auch unseren Service für Hörgeräte-Reparaturen. Sie sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.